Wir haben weiter über die Opferdarbringung gelesen, bei der Brandopfer und der Brotopfer, die Sündopfer und die Friedensopfer. Wir haben darüber gelesen, dass die Priester sich vorher reinigen mussten. Ich möchte noch ein paar Versen erneut lesen aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 6, vom 11. Vers an. Und er hat die Schreiber, die sich in den Hemen und hoffnungsstätten, und die Schmerzen auf den Hemen. Und er wird die Schmerzen auf dem Boden, in der Schmerzen steuern. Und er hat die Schmerzen gebeten, die Schmerzen, und er hat die Schmerzen gebeten, und er hat die Schmerzen gebeten, und er hat die Schmerzen gebeten. Und der Priester soll sein leinendes Gewand anziehen und sein Fleisch in die leinenden Beinkleider hüllen und soll die Fettasche abheben, zu welcher das Feuer auf dem Altar das Brandopfer verzehrt hat und sie neben dem Altar schütten. Dann lege er seine Kleider ab und ziehe andere Kleider an und schaffe die Fettasche hinaus vor das Lager an einen reinen Ort. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Sie sind nicht einfach nur einmal in der Woche da hingegangen und haben ein Opfer gebracht. Sie sind nicht am Dienstag und Donnerstag den ganzen Tag gekommen und am Mittwoch nur einen halben Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag brannte das Feuer für die Opfer. Und das war das Dienst des Priesters. Das war die Aufgabe des Priesters. Der Herr, der Gott, der das Volk aus Ägypten geführt hat, hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Das Volk Israels, da bin ich mir sicher, der Herr sah eine etwas andere, einen anderen Dienst in Ägypten. Dругие богi, другие повelения. Andere Götter und andere Aufgaben oder Gesetze. Когда они шли по пустыне, они видели также другие народы, как они служили своим богам. Als sie durch die Wüste zogen, sahen die auch andere Völker und wie sie ihren Göttern dienten. Земля, в которую они должны были войти, там были народы, которые еще другим богам служили. Das Land, in das sie einziehen sollten, hatte andere Völker, die nochmal anderen Göttern gedient haben. Но Бог, который их спас из Ägypten, который народ свой спас из Ägypten, сказал, меня слушайте. Der Herr aber, der Allerhöchste, der das Volk aus Ägypten herausgeführt und gerettet hat, sagte, hört mir zu. Итак, мы с вами читаем о народе Израиля. Wir lesen also von dem Volk Israel. Die Geschichte fand vor dreieinhalb tausend Jahren statt. Wir alle haben gerade so eine gewisse Stimmung. Draußen regnet es und wir hören über die Gebote, was wir tun müssen, was wir nicht tun dürfen. Es gibt keine жертвen, die Stiftshütte ist nicht da, der Tempel ist nicht da. Das Volk Israels war in diesem Moment gerettet. Jetzt waren ihre Kinder am Leben. Вот сейчас им ничего больше не угрожало. Jetzt bestand keine Gefahr für sie. Pharaon остался позади und er wird sie nicht mehr erreichen, einholen. Gott hat gesagt, ich werde euch aus Ägypten in die Wüste führen, damit ihr mir ein Opfer darbringt. Und es ist geschehen. Ihr Gott, der Gott Israels, hat sein Volk herausgeführt aus Ägypten in die Wüste, damit sie ihm ein Opfer darbringen können. Dort in Ägypten gab es andere Götter. Es gab andere Priester. Hier sagt der Herr aber zu Aaron und seinen Söhnen, nehme sie vor allen Völkern. Vor dem ganzen Volk. Sie sind meine Priester. Und was lesen wir weiter in dem Wochenabschnitt? sie bringen ein Kalb. Sie bringen ein Kalb und ein Widder. Und Aaron und seine Söhne legen ihre Hände auf den Kopf dieses Opfers. Auf diese Weise übertragen sie ihre Sünden auf das Tier, auf das Opfer. Indem sie die Hand auflegen. Ich denke, das Tier noch nicht wusste, was mit ihm passiert. Und du verstehst, dass dieses Tier für dich und deine Sünde jetzt sterben muss. Ein Tier. Ein zweites Tier. Ein drittes Tier. Unser Wochenabschnitt sagt, dass wir das jeden Tag sieben Tage lang machen mussten. Um rein zu werden. Die Tiere mussten sterben und die Sünde der anderen auf sich nehmen. In der Zeit schaute der Allerhöchste aber auf die Herzen der Priester. Wenn du deine Hand auf dieses Opfer legst, was fühlst du dabei? Wenn ein Unschuldiges Wesen, und in unserer Geschichte ist es ein Tier, für dich sterben muss, was fühlst du dabei? Das muss so geschehen. Das Unschuldiges Wesen muss für dich sterben. Du musst leben. Du wirst leben. Und du wirst leben. Und die ganze Tora spricht davon, dass dieses vollkommene Opfer kommen wird für ganz Israel. Das ist die Rede vom Messias. Und es ist das Gleiche. Er sagt, ich nehme eure Sünden auf mich. Er ist zu dem Haus des Volkes Israels gekommen. Um in erster Linie für jeden einzelnen Juden zu sterben. Als ein Unschuldiges Opfer. Das täglichen Dienstes nicht erlischt. Und ich bin mir sicher, dass der heutige Wochenabschnitt zu jedem einzelnen von uns spricht. Unser eigener Dienst. Nicht nur vormittags. Nicht nur bis 14 Uhr. Nicht nur am Samstag. Wie es sich gebührt zu sagen, 24-7. Das ist Teil unserer Leben. Das ist unser neues Leben. Das ist eine große Freude, aus Ägypten zu ziehen. Und wir werden uns daran erinnern kommende Woche. Das ist eine große Freude und eine große Ehre, dem Herrn zu dienen, der uns errettet hat. Und zu kennen dieses Pessachlam, welches die Sünde von uns auf sich genommen hat. Und ihn zu preisen. Und ihn zu proklamieren in dieser Welt. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017